Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude und bin zu behindert, die Kamera aufzustellen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Smash Bros. Ultimate. Die letzte Folge hat uns in diese Sub-Area geführt, tollen Trash-Talk dabei gehabt. Und ja, seit wann ist hier ein Weg? Naja, so oder so. Hier ist der Nächste, den weißt Nord, West, Nord, dann steht es nach Norden weiter. Ich glaube, das ist sogar Norden, Westen, Norden. Ach nee, jetzt kann ich hier rein, das wollte ich letzte Folge ja schon. Na dann, an sich geht hier für mich gerade einfach nur das Vorproduzieren für die nächste Woche weiter. Heute dürfte für euch Mittwoch sein. Für mich nehme ich gerade hier mehr als genug auf. Nach zwei Folgen der Randomizer. Und die nerven mich. Eigentlich wollte ich hier gerade zweimal eine Side machen, genau die da. Guckt euch das an! Jawohl, Yang Link ist raus. Als ob! Wie die das einfach gefangen hat, die Orle. Aber ich werde ja wohl ein 101 gegen Melinda gewinnen. Sehr schöner Hit. Er tötet sich eh selbst durch die Krabbe. Perfekter Schildhelfer, sehr schön. Dadurch, dass ich diesen Geist besiegt habe, offenbart sich mir jetzt der Weg da unten. Und gib mir somit, hier war der Baumstamm, sobald ich das Horrorkit besiegt habe. Und dann kriege ich einen neuen Charakter. Den Main von einem Freund von mir tatsächlich. Da habe ich keinen Nebelschutz. Das war auch noch der richtige Gegner. Ich habe gesehen, dass da einer kommt und gehofft, dass ich ihn einsaugen und auswerfen kann. Und dann war es auch noch der Hauptgegner. Ja. Hier unten haben wir nämlich den jungen Link. Ich hatte tatsächlich keinen Nebelschutz. Aber wen juckt's? Gewonnen habe ich trotzdem. Aber dieser Kampf ist für mich jetzt auch deswegen nichts Ungewöhnliches. Mein Main gegen den Main von meinem Freund. Und ja, ich habe Freunde. Ungefähr so sieht das da die meiste Zeit auch aus. Aber inzwischen eigentlich, seit dem letzten Mal, als ich bei ihm war, nicht mehr. Seitdem bin ich der Dominante. Oh, da war eine Bombe. Ehrge gesagt, Nina. Da sieht's so aus. Back Air of Doom. So. Damit habe ich diesen Kämpfer erhalten. Und ein Teil des Triforce erschaffen. Somit ist der Wald abgeschlossen. Und ich kann gehen, auch wenn noch einige Geister hier sind. Dahin gehen wäre auch. Was Gutes. Deswegen mache ich das. Auch wenn ich noch nicht zum Master Sword kann. Dazu muss ich erst in den Bereich unten links. Und dort das zweite Teil des Triforce holen. Und um in den oberen Bereich zu kommen, muss ich das Master Sword holen. Der Perfect stillet einfach. Ich stelle mich aber auch echt kacke an. Junge! Sag mal. Hallo? Ich bin doch gedodged. Und jetzt schildet der. So, ich komme raus und mache mehr. Damit hätte ich ihn. Der wird auch zu einem sehr starken Geist bei der Evolution. Das weiß ich. Habe ich überhaupt einen gescheiten... Doch, doch. Vier Sterne Verteidiger. Aber die sind eher... Warum gehe ich überhaupt auf Kämpfer? Die sind eher so meine Schlechteren, die Verteidiger. Also... Ach, falscher Knopf. Ich bin gerade zu blöd für alles Neueste wieder. Stärken. Ich habe mehr als genug, um den auch hoch zu pushen. Deswegen, warum nicht? Evolvierung zu Fürsten Knollenauge. Deutlich erhöhte Speisestärkung. Zwei Slots. Und verdammt viel Power. Fast 12.000. Und somit, wenn ich nach... Power sortiere... Ach so, hier sind dann natürlich nur die, die noch gestärkt werden können. Wenn ich jetzt insgesamt nach Power sortiere... Nach Knochenbowser mein stärkster Verteidiger. Und hat halt mehr Slots. Gut. Lasse ich jetzt ja erstmal drin. Beim nächsten Kampf werde ich sowieso wieder Neu anpassen. Und der kommt jetzt. Landia. Vier Gluraks. Ich habe gar überlegt. Mir fällt gerade auf. Das muss ich irgendwann mal nachholen. Ich habe Kirby... Äh... Kirby's Adventure Wii. So viel gespielt privat. Aber ich glaube noch nicht. Let's Played, wenn ich gerade nicht komplett kaputt in der Birne bin. Das war dann wohl der Flawless-Owin. Aber ich habe das Spiel echt noch nicht. Let's Played kam, das? Das war glaube ich mein allererstes Spiel, das ich je zu wirklich 100% durchgespielt habe. Sondic kann ich mir schon mal holen, nachdem ich mir die Statue hier angehörte. Man erwartet das Erscheinen eines Helden. Ja, ansonsten komme ich nicht ans Master Sword. Doch. Stinknormaler Kampf gegen Snannik. Szenik. Und mit den roten Augen sieht der auch wieder richtig weird aus. Schade, kein Back-Air-Hit. Ihr habt doch geschildert. Dieses Mal wurde sie mir auch anerkannt. Seht ihr, wie der sich die Feuerblumen nimmt, weil er weiß, dass ich die hasse? Nein, ich war falsch rumgedreht. Wow, das Trampolin. Schön. Back-Air-In-Up-Air. Ja, ich habe das Gefühl, heute läuft es mit einem Skill mal wieder ein bisschen besser als die letzten Folgen. Hilda kann ich ja auch schon mal besiegen. Auch wenn es nicht gerade einer der angenehmsten Gegner ist. Ich guck mal, 14.236. Ja, ich bin schon noch höher. Luft-Eingriffe. Vor allem Back-Air. Held-Trophäen machen mir das Leben schwer gegen Zelda und junger Link. Ach, echt, jetzt muss es der sein? Ach, kacke. Ich dachte, ich wäre an der Stelle, wo der junge Link ist. Mein Ernst, als es noch dunkel war, lief es besser. Digga, dieser Junge Link mit seinen Projektiven. Okay, schön Back-Air-Hit. Ich darf nicht so hierbleiben. Das ist ein bisschen riskant. Ich weiß auch nicht, ob die Held-Vertrophäe nochmal auftauchen kann. Ja klar, Zelda-Meteor-Milch. Ist klar. Boah, sehr schön. Jawoll, Zelda schön gehintet. Mann, warum muss dieser Young Link Hasenohren haben? Sonst würde er vermutlich sehr bald tot sein. So kann er sich halt wirklich noch besser retten zumindest. Ist... Okay, er ist raus. Und jetzt mit der Forward-Ariel auch Zelda. Das hätte auch beim ersten Mal schon so laufen dürfen. Hier komme ich, wie gesagt, aber noch nicht weiter. Stattdessen gehe ich ja auch auf Fire Emblem-Reihe. Allein wenn ich diese Wörter lese, kriege ich einen Krampf. Fire Emblem-Reihe. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ich meine, ich muss gegen keinen Fire Emblem-Charakter kämpfen. Und das macht es schon mal ein bisschen besser. Achtung, Stachelpanzer. Da war's dann wohl. Versteckt Wurf-Items. Hier komme ich zum nächsten Rätsel. Und zwar zwei Rundwege gesäumt von Feuer. Die Flammen zeigen dir die Stunde. Hier. Werdet ihr noch bald genug verstehen. Wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Ja, komm, Speisestärkung. Durch den Kaballenspiel. Dieses Kack-Huhn. Musste ja auch in dem Moment in mir spawnen. Mit jedem Item, das ich dieser Zelda überlasse, wird sie stärker. Schon wieder! Diese Hühner spawnen immer dann, wenn ich eine Dash-Attack mache in mir. Ja! Die hat ja gerade ihr ganzes Leben geperfekt shieldet. Ich gehe jetzt einfach mit Neutral-A. Was war das? Die hat gleichzeitig hintereinander drei, vier Hühner und meine Back-Air geparriert. Jetzt bin ich hier und suche diese Eule. Den Weg zur Weisheit kennt die Königswächterin. Gefangen im Herzen des Ziffernblatts. Das ist schön. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, die Eulen-Statue da oben. Magical Vacation-Hauptfiguren haben nicht mal einen eigenen Namen. Nein. Ah, der herr ist eine Shamba. Zwei Villager. Nein! Sie haben einen Blitz. Das ist genau wie die Feuerblume Ein Item, von dem man nicht will Dass der Gegner es hat Und das da auch nicht Ich will diese Feuerblume nicht Ich will das andere So Jetzt habe ich es, siehste Jetzt bringt es mir auch noch viel Donbe und Hikari Achso, natürlich Famicom Mukashibanashi Kenn ich Nicht Ja, Ultraschnelllader Obwohl, der trifft doch nur einen Gegen fünf Gegner Naja, das wird schon Die werden auch dementsprechend natürlich nicht stark sein Diese Gegner Trotzdem wäre es ganz gut gewesen Schon was zu erreichen Bevor es spawnen Ich muss Backairs landen Auch wenn sie nicht in der Luft sind Ist die Backair verdammt stark Ich werde die Gewombo-Kombos Ah, man kann doch mehrere treffen Ich habe zwei Junger Link und Dakant Wo müssten es sein Ne, Devikong nicht Dakant Achso, da kommt sogar noch wer dazu Wieder beide Dakant ist auf jeden Fall raus Villagerin sehr wahrscheinlich auch Ja Sehr schön geholt Können sich entwickeln Brauche ich nicht Hier könnte ich Für Dunben Noch ein Wetterkämpftschalk mit Noch eine Truhe holen 12.10 Uhr Ganz kurzer Dezenter Hinweis Ich kann überlesen Meine Freunde Impa Im Kampfverlauf Eure Tabler für den Gegnerhallen Alle Items Deak Du willst also ein 1v1 Habe ich das richtig gesehen? Ja Wenn ich jetzt behaupten würde Dass ich Bock auf ein 1v1 Gegen Skikette Dann würde ich lügen Aber egal Hindert mich nicht dran Es zu gewinnen Ich will die ganze Zeit Meine Back-Air lernen Natürlich ist einer Dekunus In ihr gespawnt Wird langsam mal Zeit Wieder Damage zu machen Keine Ruhe Ist klar Na na Die kriegt aber auch alle Dekunusse Digger Ich bin grad da Als ob ich verloren habe Ja Also ich hab dir das Getagged Und mir ein Jetlock Gedrückt Schade Ich hab gehofft Ich habe Schiek Und nicht die Kanonen Die Items sind gespawnt Ich hätt gerne welche Krieg aber anscheinend keiner Ja aber klar Jetzt mal im Ernst Das läuft ja absolut scheiße Treffen tue ich auch nix Ja genau Die wird davon nicht gestern Jawohl Forward Aerial holt Jetzt hab ich das Gefühl Hol ich Überdurchschnittlich Viele Kills Mit der Forward Aerial So Und dafür spawnt jetzt Ehrlich gesagt Despawnt jetzt Da unten ein Felsen Bevor ich da hingehe Bekämpfe ich aber nochmal Matthew Ein stinknormales Smash Duell Gegen Chrome Nur Chrome Echt Sprinten fügt dem Gegner Damage Wohl doch nicht das Klassischste Smash Duell Oh Die eine da Ist ja fett geworden Ja War jetzt nicht Anspruchsvoll Aber Ne Ich wollte Nochmal Hier hoch Um Den hier Uff Den hab ich ja schon Aber der ist stark Suche weiß halt Ah Der sagt einfach nur sowas Ich hatte nämlich Irgendwie im Kopf Dass es noch Ne zweite Eule gibt Die einem Ne Uhrzeit Sagt Aber wohl nicht Ich kann mal Versuchen Den zu bekämpfen Aber Das ist Ein Verdammt Starker Gegner Riesen Ganondor Wenn dein Computermitspieler Besiegt ist Ist der Kampf Verlor Es ist sehr wichtig Zelda gut zu beschützen Hilft einem aber auch nichts Wenn man solche Situationen hat Man Warum kann ich keine Riesengegner Ein Sau Was Das war doch noch Ich mein Das ist Ganondorf Und der Es riesiger war Vor allem glaube ich Ich muss den sogar besiegen Um weiterzukommen Na der macht den Ganondorf-Staat schlecht Hier Ah Ich und Zelda Waren tot Gott Das ist Kein Spaßiger Kamm Und K.R.O.L. Ist da auch Mit Abstand Mein bester Charakter Für Wegen Projektil Guckt euch Diese Zelda Halt Auch An Was Die Suizid Gefährdet Ist Macht Es Nicht Einfacher Für Mich Jo Jawohl Gewonnen Ich hab nicht erwartet Dass ich das so schnell schaffe Ist eben verdammt stark Hab ich aber schon Sehr schön Ich hätte nicht gedacht Dass ich den tatsächlich so schnell besiege Beschwerend will ich mich aber nicht Komischer Steinweg Ich glaub da entsteht ein Teleporter Ja Wenn der Gegner viel Schaden hat Kriege ich ja auch Min und wieder Welchen Notfall Alles Plus Boah geil Projektile Und Fire Emblem Ich mag diese Gegner Kombination ja wirklich sehr gerne Jetzt mal im Ernst was will man mehr Wir haben ein Projektil Spam in Castlevania Charakter Und Lucina also Fire Emblem Nein kein Forward Air Kill Aber Back Air Kill Ich würd sagen sobald ich den Kämpfer da hinten gegraftt hab Reicht's für heute Steht mir auch nichts Oh Da ist noch ein Geist vor Steht mir doch noch was im Weg Selfe, Vesprit und Turbots Drei Mew Toos Irgendwie meint das schnell die K.O. Heilung Rückenschild Kombi Bei hohem Gegner Schaden Heilung für Gegner Lol wie hat mich das gehitzert Das eine Mew Oh ich hab Sprinten Fügt Schaden zu Das ist glaube ich echt gut in dem Kampf Stimmt Ich bin so blöd Ich hab mich die ganze Zeit Jetzt merk ich das erst Das ist von dem Primärgeist Die Lauframme kommt von dem Von der Dämonbestie Ganon Au da lagern scheint was Mann ich wollt grad meine äh Daun ey Übrigens muss ich sagen missfällt mir das gerade Oh Shield Raid Lol und noch einer Gegen dich verliere ich Nicht mehr Ooooooh Diese Kombo war ja mal übel geil In Back Air In Down Air In Up Air Mmh Zelda Komm Alter Nach der Kombo die ich gerade rausgehe Und natürlich motiviert dir auch noch ein paar auf die Schnauze zu geben Bevor die Folge rum ist Mmh Zelda ist ein Kämpfer den viele als sehr nervig ansehen Und je nachdem wie er gespielt wird Stimme ich zu Allgemein Alles Jeder Projektil Spam ist nervig Und Zelda kann man halt auch mit Projektil Spam spielen Oh das Item braucht Ich Danke Das war ein Konter Ich weiß Man könnte jetzt fast sagen ich spiel Fire Emblem Aber komm irgendwann muss ich mir doch auch mein Konter allow Mein Ernst eigentlich ist das so dumm Man kann mich eigentlich deswegen übel auslachen Ich sage ich hasse Projektil Spam Und ich hasse Konter Aber ich bin ein King K.Rool Man Das ist irgendwie traurig Jetzt kann ich den Weg zum Master Sword antreten Was ich halt echt toll finde Link gab es ja schon in der Lichtwelt Deswegen fragt man sich vielleicht wer da beim Master Sword rumhockt Ich hätte gern auch mal ne Begründung dafür Wieso hier ein fucking Cloud ist Ich hab Ich hasse den King Der ist für mich kein Unterschied zu Fire Emblem Kämpfern Vom Nervigkeitslevel her Ich mach eigentlich voll selten Spot Dodge Das war glaube ich gefühlt mein erster überhaupt Der dazu auch noch geklappt hat Ah schade Ich könnte auch mal versuchen gleich ne Kombo zu kriegen Die ich schon Oh als ob er lebt Na dann Nein Das wäre es fast schon gewesen Ich will ne Kombo machen Bei der die Krone ihn auf dem Rückweg trifft Und ich ihn damit in den Down Air Äh Weg Air bekomme Aber nicht zu riskant spielen Lieber Einen Loose gegen den akzeptiere ich nämlich Projektile hab ich auch siehst du Guck mal Projektil Hä wo ist meine Krone Ah hier Digga ach das noch einmal Ich bin tot Weil am besten sterbe ich jetzt weil er mich genau auf die Mine schlägt oder Ne genau deswegen sterbe ich nicht Als ob wenn ich das gewonnen hätte Das wäre die 500 Millionen IQ Mine So dann eben ohne Kombo Sondern einfach mit zerstören Digga Kannst du mal aufhören diesen grünen Kackstrahl zu spammen Das wirst du noch bereuen Warum hab ich eigentlich grad so behindert gelacht Mann ich will jetzt ne schöne Down Air kommen Ach Ne diesmal mach ich aber nicht denselben Nope 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 So Das war's für heute Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann Ciao Abonnieren nicht vergessen